Die Schweiz als Land mit sehr vielen Privilegien hat auf internationaler Ebene aus meiner Sicht grosse Chancen, ein Vorbild zu sein, in verschiedener Hinsicht, sei es im Bereich der Ökologie, die Innovationsfähigkeit, auch auf Wertehaltungen innerhalb und gegenüber der Gesellschaft, weil die Schweiz selber sehr hohe Ansprüche an sich selber stellt und auch in Zukunft stellen muss. Und das hat sicher etwas an sich, dass dann eine gute Vorbildfunktion gegenüber anderen Ländern sein kann und die Schweiz hier auch immer wieder eine Motorfunktion haben kann und andere Länder dazu bewegen kann, eben das Gleiche zu versuchen, wie die Schweiz es mit sich selber macht. Auslandschweizerinnen und Auslandschweisser sind wichtige Botschafter für die Schweiz im Ausland, aber auch ein wichtiges Publikum für uns innenpolitisch, weil sie sind eigentlich wie die externen Beobachter, die eine externe Sichtweise auf die Schweiz haben können oder haben, eine Sichtweise, die hier im Inland oftmals ein bisschen vergessen geht oder falsch eingeschätzt wird. Insofern denke ich, dass wir als BDP, die uns für eine offene, moderne Schweiz einsetzen, dass das bei den Auslandschweizerinnen und Schweizer sicher gut ankommt und dort auch gefallen findet. Wir further orientieren dazu, dass wir jetzt América-BDP, die wir hier noch earthen können. Wir tagen schmerzen. Weekly-Pro taxi Zeit wird zum Beispielrice�� Vielen Dank.